Hallo Leute, und heute zeigen wir euch das Spiel The World Hardest Game 2. Like da und abonnieren, damit die Abonnenten-Special kommen. Vor dem Urlaub, im Urlaub nach Dubai, haben wir The World Hardest Game 1 geguckt und haben wir bis zum Level im 17 geschafft. Und wir beginnen mit The World Hardest Game 2. Let's go! Also wir haben 50 Level, wobei, so wird es gegen 3 waren 126, das ist unglaublich, ich weiß warum. Und wie man steuern muss, mit Pfeiltasten, man muss die Münzen sammeln und die blauen Enemies ausweichen. Ja, und let's go! Ja, like da und abonnieren, damit die Abonnenten-Special kommen. Let's go! So, aber es gibt 50 Level, ne? Geistesgestört. So, das ist machbar. Aber es wird... Ach du Scheiße, du bist so ein Trottel. Reservant. Hallo, wieso geht doch nach unten! Schon schwierig, wow. Meine Fresse! Ich dachte, ich krieg die scheiß Münze. Ja? Warum läuft der zu langsam? Mann, warum hat er keinen Düsenantrieb? Meine Fresse! Und du musst immer üben. Mann, geht doch schneller! Ich hab nicht so ewig Zeit. Oder denkst du... Oder du kannst... Oder kannst du Gedanken lesen? Joa. Ich nehm auch meinen... Schokolade... Oh, Mann! Und du musst auch mal... Gezwungen mit... Die scheiß Münze zu kommen. Detroit Aurora. Joa. Die Domtendo hat bis 11.17 geschafft. Joa. Gucken mal, wie es geht. Joa. Na! Soa. Scheiße, du Wichser! AHHHHH! Ich bin neu auf diesem Scheißspiel! Und warum bin ich jetzt bestraft? Ich hab nix gemacht! Oder habe ich einen Dieb geholt? Ja, oh... Oh man, ich kann nicht sehen. Warum hat er mich getroffen? Ich bin sehr langsam. Hallo, guck mal. Aber ich will nicht, dass im Asozial bei Lil 4, ja, da muss man im Schlüssel ins Spiel, keine Ahnung warum, etwas jetzt. Ich nehme mir ein Choclet. Irgendwas. Ich bin dumm. Hallo. Sehst du mich noch? Scheiß Spiel, Leute. Mann, gib doch mal eine Chance. Was hat hier ein Problem mit mir? Ich habe euch auch eine Chance. Ich mache das gleich aus hier. Ich habe keinen Bock mehr gleich. Ich skipp das Spiel auch gleich. Ah, jetzt bin ich glückend. Was ist das für ein Dummkopfspiel? Oh, das haben wir schon schnell gekriegt. Oh, das ist gut. Warten, warten. Okay. So. Das ist das gleiche? Ah, ich sehe schon. Was? Keine Ahnung. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Endlich. ja auch einfach du wichser kann ich auch ausschluchen wenn ich nervt jetzt das gleiche keine ahnung keine ahnung